Herzlich willkommen zurück zum Taumaturgen. Mittlerweile gab es ein recht großes Update und scheinbar gab es jetzt, oder die Hauptneuerung ist, dass es jetzt auch eine polnische Synchronisation gibt. Ich würde aber sagen, wir bleiben bei Englisch. Das kann man gegebenenfalls dann nämlich auch dann noch gut verstehen. Ich denke mal, die wenigsten Zuschauer werden dem polnischen mächtig sein und ich bin es auch nicht. Genau, von daher würde ich das ganz gerne hier auf Englisch lassen. Aber ganz lustig, dass sie das jetzt hier mit anbieten. Oh, hier ist was. Anweisung für den Kurier. Bring am Abend das Paket zur Wohnung in der Iriwanska Straße 15 und übergib es ausschließlich dem Butler. Öffnest du es, droht dir eine strenge Bestrafung. Ah, jetzt habe ich das leider eben verpasst. Sorry. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass jetzt hier noch eine Spurenerklärung kommt. Beschwerde an den Nachtwächter. Werte Herr Jacenti, wir wollen uns über das seltsame Stöhnen, Beschweren, das täglich zwischen 16 und 19 Uhr aus Wohnung 7 dringt. Bitte kümmern Sie sich darum, die Bewohner. Okay. Hier war jetzt ja auch nichts Spannendes. Ach ja, neues Gebiet, neues Glück. Ein botanisches Handbuch, Anweisung zur Pflege exotischer Pflanzen, aufgeschlagen auf der Seite zur Orchideenpflege. Ex Libris Sophia Nutezka. Zu viele neue Quests. Das ist ja Wahnsinn. Herausforderung zum Duell. Verehrter Herr Wisotzki, als Ehrenmann muss ich für die von Ihnen getätigte Beleidigung Genugtuung verlangen. Als Mann von einer einiger Nachsicht mache ich dazu folgenden Vorschlag. Bereinigen wir unseren Disput wie Edelmänner. Morgen um 18 Uhr in der Bar La Fourchette. Kommen Sie bewaffnet mit einem guten Schläger. Sekundanten werden nicht benötigt. Valerie Rodzitski. Aber wir suchen ja nach Hinweisen zu Rocky. Rechnung? Orangentrauben, Champagner, Kerzen und Entenfleisch. Von Jan Rodzitski bezahlt. Da haben wir es. Ungewöhnliches Instrument. Am 15. September um 20 Uhr wird ein Geburtstagsdinner für den Pianisten Jan Rodzitski in dessen Wohnung in der Posner Straße 11 abgehalten. Zur Feier des Anlasses erhalten Musikfreunde aus der Oberschicht Gelegenheit, seinen kostbarsten Besitz zu bewundern. Ein einzigartiges Piano, das einst Franz Liszt gehörte. Der Jubiläer wird gewillten Gästen wohl die Möglichkeit geben, das Instrument zu bespielen und selbst Zeugen der schönen Töne zu werden, die es hervorbringt. Okay, es ist gerade Abend. Das passt also ganz gut. Mal gucken, ob wir da jetzt... Ah ja, perfekt. Man sagt, dass wir durch Musik ausdrücken können, was sich nicht in Worte fassen lässt. Leider konnte ich lediglich meine Unbegabtheit ausdrücken. Trotzdem war es schön, auf Liszt Klavier einen einfachen Walzer zu spielen. Alles klar. Und auch hier haben wir wieder etwas. Plakat Konditorei La Plume. Oft besucht von herausragenden Gästen wie Zenon Pritsches Mützki, Ladislav Raymond und Xaveri Donikowski. Lädt sie ein, köstliche Buttermilch und andere Delikatessen zu probieren. Plebansker Straße führen. So, wir haben jetzt so viele neue Quests bekommen hier. Wahnsinn. Ich würde trotzdem erstmal die machen, die jetzt hier bald ablaufen. Wie zum Beispiel der Herrenclub. Warum nicht mehr über den Herrenclub erfahren? Vielleicht finden wir auch noch ein paar andere Sachen hier wieder. Aber erstmal verlassen wir den nördlichen Teil und gehen wieder Richtung Friedhof. Da wären wir. Hier werden wir jetzt aber wahrscheinlich nicht so viel Neues finden. Ah, hier irgendwo soll etwas sein. Ah gut, nichts Neues finden das gut, ne? Tagebuch eines Eiferers. Menschliche Verworfenheit kennt keine Grenzen. Ich hörte von einem Nachbarn, dass eine Art Herrenclub sich regelmäßig in Oberst Viatchevs Wohnung einfindet. Seit Jahren lädt der Oberst seine Freunde dorthin ein. Und das ist auch die einzige Aufnahmebedingung. Leider hat Viatchev aufgrund seines hohen Alters nicht mehr alle Sinne beisammen. Zweifelhafte Gestalten nutzen das Auslanderzählen. Dem Alten, sie würden einander seit Jahren kennen und um Zugang zu den Lustbarkeiten zu erhaschen, die er seinen Gästen bietet. Das geht ja mal gar nicht. Okay, hier bei der Straßenbahn soll was sein. Vielleicht ist es rausgefallen. Zerrissener Brief. Fast jeden zweiten Tag mit Valerie Antreffen in einer Wohnung in der Hovatskowska-Straße Vierteile. Was geht dort vor sich? Und warum kommt er so spät zurück? Er könnte diese Zeit seiner Familie widmen. Ich weiß nichts, denn er wiegelt meine Fragen ab. Deine Idee war gut, aber sie haben meinen Cousin nicht eingelassen. Was ich noch verdächtiger finde. Also tappe ich weiter im Dunkeln, was die Dinge angeht, die meinen Ehemann offenbar so sehr einnehmen. Well, there we have it. In seiner Wohnung in der Hovatskowska-Straße 4 hält Oberst Viatchev jeden zweiten Tag um 20 Uhr Treffen des Herrenclubs ab. Aufnahmewillige müssen nur den Oberst überzeugen, alte Bekannte von ihm zu sein. Gäste genießen feine Zigarren und offene Gespräche in entspannte Atmosphäre. Okay, am Abend. Das heißt, wir müssen dann wieder warten. Ja, das kriegen wir hin. Wir warten. Und wir gehen bis zum Anruf der Nacht. Okay, jetzt müssen wir aber hier in diese Richtung weitergehen. Ah, hier haben sie sich alle versammelt. Der Tabakgeruch erinnert mich an meinen Vater. Ich glaube, er hat dieselbe Marke geraucht. Alles klar. Ach ja, irgendwie mag ich so diese kleinen Geschichten. Ich eumen hier auch schon alle so hoch und runter. Ja, dann machen wir hier mit dem Nächsten weiter. Eine exotische Zeremonie. Mal gucken, was es da mit auf sich hat. So, wieder hier rein. Ja, das sind halt auch so schöne kleine erzählerische Sachen, die auch jetzt gar nicht so aufwendig sind, sie hier reinzubauen. Ein paar Texte, ein bisschen Bild. Mehr ist es ja im Grunde nicht. Aber irgendwie sind sie atmosphärisch und bringen halt das Leben hier in der Stadt nochmal ganz gut rüber. Ich glaube, deswegen mag ich die ganz gerne. So, was haben wir hier noch? Beschwerde. Sehr geehrte Damen und Herren, ihr Umgang mit ihren Kunden ist erbärmlich. Anscheinend haben manche mehr Rechte als andere und Stammkunden zählen nichts. Jeden Nachmittag komme ich, um nach dem Tisch am Fenster zu fragen. Und jeden Tag ist er für Herrn Przesz-Mützki reserviert. Dieser mittelmäßige Schriftsteller, um den sie sich so bemühen, kommt jeden Tag zu spät. Ich verlange, dass sie den besten Tisch der Konditorei jenen Gästen zur Verfügung stellen, die sich zu benehmen wissen. Mit freundlichen Grüßen, Karol Meicher. Was für unangenehme Personen. Gedicht-Notiz in einem Satire-Magazin Gesundheitsfolter. Ich war gestern Abend bei Dr. Jasinski in der Plewanska-Straße. Wie war's? Zuerst hat er mir eine hämmernde Rückenmassage verpasst, dann alle meine Knochen gestreckt und zuletzt meine Wirbel bis zum Knirschen gerichtet. Es hat die ganze Zeit höllisch geschmerzt, aber jetzt bin ich so gut wie neu. Wozu brauchst du dafür einen Arzt? Du hast mir doch schon oft erzählt, deine Frau schlägt dich mit dem Nudelholz, wenn sie dich ärgert. Ja, aber Dr. Jasinski ist wenigstens still dabei. Ähm. Ah ja, hier haben wir etwas. Teilweise beschädigte Broschüre. Lady Libell. Komm und erlebe wahre Sinnesfreuden in einem exotischen Ritual. Einige der Worte sind verwischt. Okay, das ist ja schon mal hier wieder sehr merkwürdig. Und jetzt fühle ich jetzt gar nicht, wie uns das hier so weiterbringt. Werbeplakat. Der neue Phonograph von Paté gibt Gesang, Musik und Vortrag sauberer, klarer und nuancierter wieder als die teuersten Grammophone. Er summt nicht und seine Nadel hält Jahre, ohne ersetzt werden zu müssen. Für 32 Rubel. Äußerst beliebt unter Musikliebhabern. Bei Ausverkauf nehmen wir gern Reservierungen für die nächsten Lieferungen entgegen. Lieder aus Opern und Operetten, Kirchengesänge, Vorträge, Walzer, Polkas und Märsche. Hauptvertrieb der neuen Paté-Phonografen Adam Klimkiewicz, Warschau, Lesnurstraße 14. Hier ist auch noch was. Vielleicht. Eine Presseansage. Das Haus an der Eriwanska Straße 16. Groß gepflegt und hell. Besichtigung 16. September zwischen 14 und 19 Uhr. Eigentümer Sophia und Sibyknev-Nutecki. Hier runter. Gehen wir mal wieder nachgucken, ob hier noch irgendwas zu entdecken ist. Schön, wie hier die Straße so bemalt ist. Hier soll was sein. Warte mal, wir können ja auch hier einmal durchgucken. Okay, der Wiener Bahnhof. Foto. Das Foto zeigt eine Frau in Dessous, die ihr Korsett schnürt. Altes Foto. Unterschrift Lady Libelle. In der Eriwanska Straße 7 residiert Lady Libelle, eine Luxus-Kortisane, die gerne reist. Sie bietet ihren Kunden außergewöhnliches, außer, das außergewöhnliche Erlebnis einer Zeremonie, die die Sinne verwöhnt. Okay. Das gucken wir uns natürlich mal an. Oh, zur Hölle. Was? Nein, zur Hölle fahren wir nicht. Wir gehen mal hier rein. Wahre Glückseligkeit. Es war anders, als ich erwartet hatte. Aber ich muss zugeben, dass japanischer Tee unvergleichlich ist. Naja, der japanische Tee. Yes, sir. Der Tee scheint geschmeckt zu haben. Brachiale Therapiesitzung. Mal gucken, wie brachial das jetzt wirklich ist. Gibt's hier noch mehr Tee? Kann man hier Tee trinken? Eiscreme. Der Preis des Erwachsenseins. Jeden Tag will ich mir das Gehirn wegpusten. Noch ein Preis des Erwachsenseins. Ich kann fünf Kugeln auf einmal essen und niemand kann es mir verbieten. So, nehme ich. Ha, das ist hart. Das ist hart. Okay. Was haben wir hier noch liegen? Der Tagesskurier. Kleinanzeigen. Ich fertige Kleidung, Kostüme und Kleider nach den neuesten, nach den neuesten Priser Schnitten. Poleska-Marschalokowska-Straße 150. Der Warschauer Musikverein lädt zu einem Konzert in den Redoute-Hallen mit Ciborowska-Glasowna und gemischtem Chor. Slöyt-Unterricht für junge Menschen. J. Tschulski zur Röfter-Straße 2. Und die Nachrichten. Die Verordnung über die Lehrsprache an den Privatschulen des Königreichs wurde bekannt gegeben. Demonstrationen im märischen Brünn. Ein bekannter Wundertäter ist tot. Der Leichnam von Raymond Kinley wurde nahe der Tower Bridge gefunden. Eine Meuterei brach auf dem österreichischen Kreuzer Panther aus. In Kopenhagen kamen die dänischen Ministerin zur Frage der Anwartschaft des Prinzen Karl auf den norwegischen Thromen zusammen. Ein Brief. Tschüss. Ich hoffe, deine Leiden haben bereits nachgelassen. Frau Stefania erzählte mir davon. Wenn die Umschläge dir keine Linderung verschaffen, will ich dir einen Besuch bei meinem Bekannten Konstantija Inski anraten. Wenn du ihn siehst, urteile nicht nach seiner Statur. Dieser gebrechliche alte Mann kann jeden in nur wenigen Stunden wieder gesund machen. Er lebt in der Nummer 7. Grüße Sie auch. Dr. Konstantija Inski wohnt in der Plebanska Straße 4-7. Er ist Massagetherapeut, der zwar nicht sanft zu seinen Patienten ist, sie aber von Schmerzen verschiedener Art kuriert. Er hat täglich von 16 bis 19 Uhr Sprechstunde. Alles klar. Also am Nachmittag. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Artikel aus dem Tageskurier. Ein dunkler Schleier hat sich über das Hotel Imperial gelegt, den Stolz von Warschau und eines der vornehmsten Etablissements seiner Art. Einigen Gästen zufolge halte am 8. September der Lärm feiernder junger Menschen... Oh, das hatten wir doch schon, oder? Diese Feier? Nee, hatten wir noch nicht. Okay. Feiernder junger Menschen bis tief in die Nacht durch das Hotel. Die Feierlichkeiten fanden jedoch ein gleichermaßen abruptes wie tragisches Ende. In den frühen Morgenstunden stürzte einer der Feiernden, Ludwig Krajewski, von einem Balkon in den Tod. Laut der eilig hinzugerufenen Polizei handelte es sich dabei um einen unglücklichen Unfall. Zuständig für die Ermittlungen war der bekannte Untersuchungsrichter Alexander Voronin, dessen Sohn Pjotr Voronin ein guter Bekannter des Verstorbenen war und ebenfalls zu den Feiernden zählte. Es besteht die berechtigte Sorge, dass die Ermittlungen nicht unvoreingenommen durchgeführt wurden und dass der Richter gegenüber seinem Sohn milde walten ließ. Viele Stimmen beklagen sich über die Korruption der heutigen Jugend. In Zeiten wie diesen ist man schnell geneigt, ihnen zuzustimmen. Dann haben wir jetzt hier nochmal das Ende dieser Quest bekommen. Okay. So, bis zum Nachmittag. Was haben wir denn hier? Es macht Spaß, Bauern nach meinem Willen über das Brett wandern zu lassen. Ich kann nicht verstehen, warum mich Herr Vlotzimierz die ganze Zeit so besorgt ansah. So, wir haben einen neuen Punkt bekommen. Den können wir dann demnächst mal einsetzen. Aufgabenliste, einkaufen, Kragen, drei Stück Tinte, Kreide, ein ganzes Paket, schnellstmützig, liefern an Herrn Vlotzimierz. Dann haben wir hier noch gleich was Neues hier. Eine Partie-Karambolage. In der Vala-Fourchette kann man sich mit Stäben und Kugeln duellieren. Bei einer Partie-Karambolage. Für den heutigen Abend wurde eine Reservierung abgesagt, sodass sich eine gute Gelegenheit ergibt, das Spiel auszuprobieren. Prostzuprobieren. Ach nee, lass es warten, das wollen wir nicht. Wir müssen ja jetzt hier zum Doktor und das einmal schön durchkneten lassen. Nach dem japanischen Tee. Also hier. Bitte, sitz und schau mal an mich. Wir sind liebe Freunde, nachher alles. Ich glaube nicht, dass wir noch nicht mit uns treffen. Du wirklich nicht wissen, wer ich bin? Du bist so innoissbar. Schau mal an mich. Vor allem meine Augen. Ja, ich habe dich gesehen in eine Postle für... ... eine Operator? Olena Domb-Zakrzewska. Nice to meet you. Viktor Miłoszomb-Szulski. Well, well. How do you find Rumianceva Suarez? Olena, my beauty. Someone would like to meet you. Please, let's go. I already have company. Go away. This isn't a theater, honey. No need to make a scene. Move it. The lady said she didn't want to. Is it a problem? Two. An unreliable wealthy bitch and a fool trying to be a hero. Boar. Get lost, unless you want to solve it another way. I'll make it clear for you. Dann haben wir nochmal ein schönes Kämpfchen. Dann müssen wir doch mal unsere Termaturgie verbessern. Ähm, wir bringen das hier jetzt erstmal hoch. Blutschuld erleidet 16 Schaden. Okay. Was ist das jetzt hier drin? Blutschuld. Ne, blutige Belebung haben wir wahrscheinlich. Schadensimpuls. Ah, damit kann ich die Fähigkeit aufwerten. Fokus. Was? Bisschen schade, dass man das hier nicht sehen kann, was jetzt hier genau eigentlich dazukommt. Egal. So. Hier müssen wir angreifen mit Lelek. Hier müssen wir angreifen mit dem Bukabatsch. Ja, dann nehmen wir erstmal Lelek. Dann können wir nämlich jetzt hier schön den Fokus reduzieren. Das braucht ein bisschen länger. Das hier geht relativ schnell mit einem Fokus. Und wir machen ja auch nochmal zwei Fokus. Glaube ich. Vor allem schnell ist ja wichtig, damit die Eigenschaft weg geht. Genau, jetzt können wir hier den Fokus reduzieren. Und den Wald rausnehmen. Das bringt alles nix. Dann nehmen wir jetzt doch einfach mal Opür. Und der kann jetzt hier einfach mal blutige Buße machen. Oh, hier kann ich auch wieder auf, wie lange das dauert. Egal. Zack. Er ist eh raus. Und wir können jetzt ihn hier aus dem Kampf nehmen. Nummer eins ist erledigt. Jetzt noch der Pistolentyp. So, da brauchen wir den Bukabatsch. Das dauert ewig. Und dann werden wir auch hier einfach mal gepeinigt drauf ihn anwenden. Perfekt. Jetzt können wir ihn hier ein bisschen quälen. So, das ist sogar noch vor ihm dran. Weil er auch sehr viele Runden braucht, bis er zum Zug kommt. Das ist natürlich richtig gut. Pistole sah da eben ein bisschen komisch aus. Und das war's. Kein Problem. Danke, dass du mich aufsteigst. Nicht jeder will das tun. Ich hoffe, dass sie dich nicht zu viel verhörten. Ich bin mehr verhörtert, dass du mich benutzt hast, glaube ich. Als ich dich gesehen habe, wusste ich, dass du mir helfen kannst. Du fühlst nicht so viel gefeiert? Warum hat er dich so gut verhörtert? Das passiert oft? Ja, vielleicht. So, aber jetzt brauchen wir noch unsere Massage. Das machen wir noch. Gesegnete Folter. Anstatt Gelenke und Knochen auseinander zu zerchen, drückt sie dieser Folterknecht in ihren richtigen Platz zurück. Oh ja, schön. Habe wieder ein bisschen Zeit vergangen. Könnt ihr das ja noch lesen. Ein dunkler Schleier hat sich über das... Achso, das kennen wir doch schon, oder? Ja, das kennen wir schon. Gibt trotzdem Erfahrung. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.